Um zu Ihrem Online-Beratungstermin zu gelangen, rufen Sie bitte die Mail mit der Einladung auf. Im unteren Bereich finden Sie den Abschnitt Microsoft Teams Besprechung und darunter den Link, um der Besprechung beizutreten. Sie können entscheiden, ob Sie sich die App installieren oder lieber im Browser ohne Download öffnen wollen. In der Bildmitte tragen Sie bitte Ihren Namen ein und klicken auf Jetzt teilnehmen. Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon und Ihre Kamera ein. Hier noch einige wichtige Hinweise für Sie. Bitte beachten Sie, dass die Online-Beratung per Videochat stattfindet. Das bedeutet, Sie brauchen ein Endgerät mit funktionierender Kamera und Mikrofon und entsprechende Internetverfügbarkeit. Bei der Nutzung von macOS ist zu beachten, dass der Safari Browser nicht funktioniert. Bitte wählen Sie deshalb einen anderen Browser aus. Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrem Online-Beratungstermin begrüßen zu dürfen.